Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Es ist Mittwoch, der 5. Juli 2023 und es geht endlich offiziell los in die neue Handelswoche nach dem übertragenen Sinne verlängerten Börsenwochenende, was wir in den USA zu sehen bekommen haben. Brückentag am Montag, dann gestern hatten wir den Independence Day, aber heute geht es rund. Und beim Blick auf den DAX ganz besonders zeigen sich aktuell doch eher verstimmte Minen. Nicht, dass sie uns überraschen würden, ehrlich gesagt, dieses sogenannte Rugpull-Szenario. Also das hatte ich jetzt schon seit einigen Tagen hier immer wieder mal zum Thema gemacht und es nimmt so ein wenig Formen an. Ich bin sehr gespannt darauf, ob der Nasdaq einen schärferen Rücksetzer sieht. Im DAX auf jeden Fall geht es jetzt in Richtung der 16.000er Region auch drunter potenziell. Und da wiederum spielt ja so eine Schulterkopf-Schulter-Formation, so in Anflügen jedenfalls, kann man sie schon so am Horizont erkennen. Ein Thema, darauf werden wir heute einen Blick werfen. Sonst ist weiterhin der Wirtschaftsdatenkalender recht dünn. Wir haben heute Abend noch das Sitzungsprotokoll, um 20 Uhr, was veröffentlicht wird. Mal gucken, ob das in irgendeiner Form Impulse liefert. Ich denke eher weniger. Auch der Earningskalender, also Einzeltitel, sind weiterhin sehr, sehr dünn, sehr, sehr maubesät. Das wird sich in den folgenden Wochen dann dramatisch natürlich ändern mit der Earnings-Season, die ihr in Kick-Off sieht. Aktuell eher ein technisches Treiben, was wir zu sehen bekommen, aber vielleicht doch ein Einzeltitel, der ganz interessant sein könnte. Da wir von gleich noch einen Blick drauf, nämlich auf eine Square bzw. eine Block. Aber bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lassen das erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com. Slash.de, kostenlos eine Demo herunter. Der ist in den Handel risikofrei und schaue, ob das persönliche Risikoprofil mit den CFD-FX-Produkten innebunden oder zugrunde liegenden Risikoprofilen, ob das miteinander korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man die Informationen, die man benötigt, um eventuell auch ein Live-Konto zu eröffnen. Und darüber hinausgehend, wer weitere Informationen benötigt, Hilfestellungen benötigt, rund um CFD-FX-Produkte, Fragen hat oder dergleichen, der scheue auch bitte nicht davor zurück, den Kundensupport von xtb entsprechend zu kontaktieren. Mögliche Interessenskonflikte, bitte nichts, was ich jetzt hier in den folgenden Minuten präsentiere, in irgendeiner Form als Anlageempfehlung oder dergleichen missverstehen. Das ist ein Informations-Event, das ist ein Ausbildungsevent, in Anführungsstrichen. Edukative Zwecke sollen hier erfüllt werden. Wenn man Fragen hat, bitte gerne die Möglichkeit nutzen, in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos eine Frage zu posten, die würde ich dann auch gerne beantworten. Aber nochmal, Anlageempfehlung ist es nicht. Also, dass sich bitte immer im Hinblick auf das Trading auch vergegenwärtigen. Jeder Trade, der basierend auf den Gedanken gemacht wird, sofern er überhaupt gemacht wird, ist mit Eigenverantwortung entsprechend eben einzugehen, beziehungsweise auch als solcher zu sehen, beziehungsweise entsprechend zu managen. Bester CFD-Broker des Jahres 2023, xtb, alle Informationen diesbezüglich finden sich auf der Webseite, was dazu geführt haben dürfte, einige Gründe hier in der Mitte sicherlich aufgeführt. Sicherlich nicht auszuschließen ist, dass ein Hauptgrund diesbezüglich zu finden ist, im Angebot der sogenannten x-Station, auf die wir jetzt hier entsprechend einen Blick werfen wollen und die wir hier dann in Form des DAXs eben vorfinden. Und dieser, wie gesagt, die Schulterkopf-Schulter-Formation, die noch keine ist, die noch eine werden will, aber wo man dennoch erkennt, was für Schlüssellevel sich in diesem Zusammenhang hier ergeben, die dann eine Bestätigung dieser Top-Struktur eben zeigen würden. Das wäre, meiner Einschätzung nach, die Region hier unten auf der Unterseite um roundabout 15.850, 15.900 Punkte ungefähr. Mit einem Bruch tiefer wird ein projiziertes Kursziel aktiviert, was uns bis in Gefilde um 15.200 eventuell führen könnte. Wir sehen jetzt schon bereits, das sehen wir schon die letzten Tage, auch wenn es ein sehr, sehr dünnes Treiben war, aber das war es auch am Freitag, diese kurze Squeeze-Bewegung, die wir hier zu sehen bekommen haben, die uns in Richtung der 16.350er-Region geführt hat, in Richtung dieser rot gestrichelten Linie, die ich hier kennzeichnet habe, knapp unterhalb der Allzeithochs verlaufen, ungefähr um 15.000, 16.570, 16.600 Punkte ungefähr. Also, wo wir hier referenzieren, natürlich wichtig, das als Information, das ist eine Referenz auf den Future DAX, Verfallstermin, Kontrakt, Monat, September. Ja, dadurch kommen hier diese Kursniveaus zustande. Und so, wir rollen bereits über, wir haben diese Aufschläge von Freitag nahezu komplett wieder hergegeben, also die Nachhaltigkeit steht arg in Frage. Und sollten wir jetzt in den Folgestunden einen Fall unter die 16.050, rund gesprochen 16.000er-Marke zu sehen bekommen, denke ich, dass der DAX Potenzial hat, hier auch weitere Abschläge zu sehen, die uns dann in dem Fall Richtung der 15.900-Region zunächst führen. Tagesschluss darunter wäre meiner Ansicht nach ein klar bärisches Signal. Wie würde ein solcher Tagesschluss unterhalb auf den Weg gebracht werden? Ich denke, realistisch, durch dieses sogenannte Rugby-Szenario eben im Nasdaq. Was ich damit meine oder wie ich das für mich definiere, wir haben ja eine saubere, sehr, sehr starke Aufwärtsstruktur, einen wirklichen Bullrun zu sehen bekommen im Nasdaq und dann nochmal eine Beschleunigung, also die saubere, die übergeordnete Aufwärtstendenz, die habe ich hier gekennzeichnet mit dieser blaufarbenen Aufwärtstrendlinie und dann haben wir nochmal eine blau gestrichelte Linie, das ist nochmal eine Beschleunigung auf der Oberseite, in die FAT hinein, die wir vor drei Wochen zu sehen bekommen haben. Und das Interessante war jetzt in diesem Zusammenhang, dass die sich erstaunlich restriktiv präsentiert hat. Diese restriktive Haltung hat nicht zu einem wirklich schärferen Rücksetzer geführt, sondern ganz im Gegenteil, hat dann sogar noch am Folgetag zu einer Squeeze, einer Beschleunigung der Aufwärtsbewegung geführt und dann rollten wir so ein wenig über, haben aber in den Quartalschluss hinein, dennoch im Bereich der ehemals hier etablierten, folgend auf die FAT markierten Hochs, konsolidieren können. Und diese Konsolidierung hier auf hohem Niveau, die führe ich zurück, ich denke auf eine Art Window-Dressing, in den Quartalschluss hinein, dass hoch oder sagen wir mal marktkapitalisierungsstarke Unternehmen Kapitalzuflüsse gesehen haben, die dann auch den breiten Markt in der Gänze hochgehalten haben und wo die Nachfrage dem Umstand geschuldet ist, dass man einfach einen geldpolitischen Lockerung FAT eventuell doch erwartet in der zweiten Jahreshälfte oder denkt zumindestens, dass der Zinsanhebungsfluss am Ende angekommen ist. Dass wir zeitgleich starke Wachstumsaussichten kommuniziert sehen, seitens Big Techs wie zum Beispiel einer Microsoft oder einer Google im Hinblick auf die Entwicklung rund um künstliche Intelligenz. Wir erinnern uns daran, Nvidia zum Beispiel hat ja in seinem Quartalsbericht für das jetzt abgeschlossene Quartal einen unglaublich starken Wachstumsausblick in Aussicht gestellt, der die Wall Street-Erwartung um 60% hat übertreffen können. All das sind potenzielle Gründe für diese Earnings insgesamt positiv zu sein, aber nichtsdestotrotz, kurzfristig scheint der Modus etwas überdehnt, potenzielle Top-Struktur und eben ein Rücksetzer, sofern diese Nachfrage, die den Markt zu hochgehalten hat, wegbricht, dass dann eben ein kurzer Flush-Moment eben stattfindet, der uns in Richtung eben dieser übergeordneten Aufwärtsstruktur führt, also eine Art Mean Reversion, könnte man es vielleicht bezeichnen. Und genau diese kurzfristige Bearishness, die sollten wir jetzt in Betracht sehen. In den nächsten zwei Wochen scheint mir das ein durchaus ernstzunehmendes Szenario zu sein. In diesem Rückenwind dann auch der DAX entsprechend eher, oder die DAX-Bären an der Stelle entsprechend eben performen würden und dieses bärische Szenario eben hier mit dem Fall dann unter die 15.900-Marke weitere Beschleunigung auf der Unterseite sieht. Schauen wir einfach mal, ob sich das Szenario so herauskristallisiert. Wir starten heute erstmal offiziell dann in die neue Handelswoche, nehmen langsam Momentum, nehmen langsam Fahrt auf, auch ausgehend von einem immer noch sehr, sehr niedrigen Volatilitätsindex, VIX auf den S&P 500 zum Beispiel, der im Bereich seiner Jahrestiefs notiert, ist da jetzt nicht unbedingt mit großen Sprüngen zu rechnen. Aber eins möchte ich auf jeden Fall noch ganz kurz hiermit auf den Weg geben. Das ist mir jetzt im Rahmen meines Researches hat das stattgefunden. Ich habe nicht getradet, weil US-Märkte geschlossen waren, aber ich bin dennoch bei meinen Flippen durch die Charts über eine Aktie gestolpert, die einen näheren Blick wert scheint, und zwar Square bzw. Block, der Zahlungsdienstleister. Der hatte ein ziemlich scharfes Gapdown hier zu sehen bekommen auf den Hinblick Research Report, das war Mitte, Ende März ungefähr, der die Aktie ziemlich unter Druck gebracht hat, aber seitdem haben wir uns fangen können, so ein wenig, sag ich mal. Und jetzt rollen wir hier nach oben und wir sehen hier diesen leichten Curl-Up in den Bereich dieser 200-Tage-Linie. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter voranschreitet und zum Beispiel Volumen mit einfließen lässt, dann würde man feststellen, dass der ausgehend von den auf die Jahreshochs geankerte volumengewichteten Durchschnittspreis auch ungefähr in diesen Gefilden gerade verläuft. Zeitgleich, wenn wir hier diese Region nehmen, von diesen Tiefs, die wir im Mai notiert haben, dann sehen wir wiederum einen auf diesen volumengewichteten Durchschnittspreis geankerten oder einen auf diesen Preis geankerten volumengewichteten Durchschnittspreis, dass der ungefähr hier um 62, wo wir einen Support gefunden haben, eben verläuft. Und das heißt, wir werden da jetzt recht eng in einer Range zwischen 62 nach unten und 68 Dollar nach oben, um es mal grob zu sprechen. Und im Rahmen einer übergeordneten Marktkorrektur wäre jetzt nicht auszuschließen, dass wir auch in Square noch einen kurzen Rücksetzer hier zu sehen bekämen, aber halten wir oberhalb von 62, wäre das eventuell der Wegbereiter für einen potentiellen Breakout hier dann über die 67, 50, 68, der Aufwärtspotenzial bis in Gefild um 80 Dollar freisetzen könnte. Also Square scheint mir durchaus ein Kandidat, den man auf der Watchlist haben sollte, sofern wir in der Lage sind, oberhalb der 62 zu halten. So, das wäre es erstmal für heute gewesen. Morgen ist der Wirtschaftsdatenkalender ein bisschen praller gefüllt. ISM Non-Manufacturing, ADP, Jowls, am Freitag bitte Non-Farm-Payrolls. Da werfen wir natürlich dann einen Blick drauf und dann natürlich auch auf die Makromärkte, wie EURUS-Dollar oder beispielsweise auch Gold. Soweit erstmal meinerseits. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.